Ich hab Kurt Cobain ins Mach dieses Buch fertig gezeichnet. Und das komplett mit Links, weil das war die Aufgabe. Der Witz daran, ich bin Rechtshänder. Warum Kurt? Weil ich Nirvana liebe und weil Kurt auch Linkshänder war. Naja, eigentlich war er wohl Rechtshänder, aber hat aus irgendeinem Grund die Gitarre mit Links gespielt. Wie rum hält man das? Und weil es damals kaum Linkshänder-Gitarren gab, hat er sie dann meistens umgedreht und die Saiten falschrum aufgezogen. Rest in Peace, mein Linksversifter Kurti.